Hallo meine lieben Freunde, ich habe neue Botschaften von den sieben wichtigsten Erzengeln. Jedes Sternzeichen bekommt eine besondere Botschaft von einem Erzengel. Wir beginnen im heutigen ersten Teil mit dem aktuellen Sternzeichen, dem Wassermann und dann bis zum Krebs. Der Wassermann. Erzengel Gabriel rät dem Wassermann. Solltest du das Gefühl haben, dass nichts so funktioniert, wie du es gerne hättest, verzage nicht und werfe die Flinte nicht ins Korn. Die Engel zeigen dir schon bald die Wahrheit. Und seine Botschaft lautet, die Engel geben dir Gewissheit. Nun zum Sternzeichen Fisch. Erzengel Kamuel rät dem Fisch. Solltest du der Meinung sein, dass dich nichts mehr überraschen kann, dann hab einen Blick für die Wunder der Schöpfung. Dann erkennst du, dass es immer wieder Grund zum Staunen gibt. Und die Botschaft lautet, bewahre dir deine Neugier. Der Erzengel Michael rät dem Widder, verschwende nicht deine Zeit, die dich über unangenehme Erfahrungen ärgern. Vor allem nicht, wenn es schon eine Weile her ist. Schließe mit Vergangenem ab, damit es dir nicht zur Last wird. Seine Botschaft ist, selbst schlimmste Wunden heilen. Nun zum Stier. Erzengel Raphael rät dem Stier, du kannst dich glücklich schätzen. Denn es gibt Menschen in deinem Umfeld, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vertraue aber deiner eigenen Intuition. Und seine Botschaft lautet, höre auf deine innere Stimme. Erzengel Sattkiel rät dem Zwilling. Glaube nicht, dass privater und beruflicher Erfolg ohne Aufwand erzielt werden kann. Dazu ist dein Einsatz nötig. Versuche aber nicht, alles auf einmal schaffen zu wollen, sondern setze auf Etappenziele. Denn seine Botschaft ist, gehe Schritt für Schritt vorwärts. Jetzt zum Sternzeichen Krebs. Erzengel Haniel rät dem Krebs. Lass dir nicht von der Werbung oder von anderen Menschen einreden, wie du leben sollst. Höre in dich hinein und überlege sorgfältig, was dich richtig glücklich macht. Denn nur du weißt, wie du glücklich sein kannst. Und somit ist die Botschaft vom Erzengel Haniel für dich, lieber Krebs. Nur du weißt am besten, was für dich gut ist. So, meine Lieben, das waren für heute die ersten sechs Botschaften. Und morgen geht es weiter mit den nächsten sechs Botschaften für die Sternzeichen Löwe bis Steinbock. Also bis morgen. Eure Deria